Die neue Red Bull Summer Edition Juneberry. Juneberry? Weiß ja keiner Mensch, was das ist. Ich hab keine Ahnung, was Juneberry genau ist. Cheers. Oh. Boah. Es schmeckt auf jeden Fall blau. Boah, gut, ich brauch hier. Nach irgendeiner Bebe. Ein ganz bisschen Gletschereis mit 90% Fruchtnote. Schmeckt sehr berig auf jeden Fall. Berig. Das ist Waldbären-mäßig. Vielleicht ist es Waldberig. Fruchtig und sommerlich. Schmeckt nach Juneberry, ist klar. Probiert es einfach selber.